Ich finde IP Swiss ein gutes Label, das eine grosse Nachhaltigkeit im Vordergrund stellt, was für mich sehr wichtig ist. Mit verschiedensten Kulturen bin ich da gerne dabei. Wirklich aus Überzeugung, weil ich grundsätzlich schon gerne so wirtschafte und das ist ein Label, das für mich, für meinen Betrieb einfach zugeschnitten ist. Jetzt will ich wirklich gerne ökologisch produzieren und gerne im Kreis der Natur arbeiten, nachhaltig arbeiten. Nicht wirklich nur kurzfristig denken, sondern gerne langfristig, längerfristig. Dass ich nicht biologisch produzieren, kommt jetzt da vielleicht als Frage auf. Der Hauptgrund ist effektiv die Heidelbeer Anlage, wo eigentlich nur die Qualität wirklich gut absetzbar ist in dieser Menge, die man hier produziert. Das ist bei mir vieles ein wenig aus dem Beobachten entstanden. Ich sage auch aus dem Beruf als Bauer, so wie ich sehe, wie es eigentlich so sollte sein. Wie man sich verbunden fühlt mit der Natur, mit allem und darum ist für mich wirklich klar, eine Vielfältigkeit im Boden setzt eine Vielfältigkeit von Pflanzen voraus. Auch abgestimmte Fruchtfolgen mit, wenn möglich, je nachdem Untersaaten, mit zum Teil Mischkulturen, zum Beispiel Erbschengerste, die ich schon kultiviert habe. Einfach Vielfältigkeit auf breitester Front, das ist für mich Biodiversität. Ich habe noch nicht langjährige Erfahrung. Ich habe jetzt ein gutes Jahr, aber letztes Jahr sehr viel mit dem gefahren. Mein 4-Sharp-Fluge habe ich seitdem nicht mehr gross gebraucht. Ich sehe einfach schon länger, für die Bewirtschaftungsweise, die ich anstrebe, für die Nachhaltigkeit, für die Bodenstruktur, ist einfach eine tiefe Bearbeitung nicht wirklich förderlich. So tief wie man bearbeitet, darf man es auch wieder verdichten, wenn das Wetter nicht stimmt bei der Ernte etc. Und darum ist das für mich eine Maschine, die ich schon lange beobachtet habe. Letztes Jahr, durch den Traktorwechsel, hat sich da genau angeboten. Jetzt ist der Moment, um gerade einen angepassten Schellpflug zu kaufen, die auch eine schöne Breite hat, wie bald wie ein Grupper, den ich mit einer rechten Leistung bearbeiten kann. Ich habe gerne eine Vielfalt der Kulturen als erstes Mal, aus dem Gedanken, dass ich nicht extrem gebunden bin an eine steife Fruchtfolge, dass ich beweglich bleibe, weil im rechten Moment das Ei ist für mich wichtiger, weder irgendein steifes Konzept zu bauen. Die Kulturen, die ich habe, sind von verschiedenen Getreiden, Weizen, verschiedene Klassen, Dinkel. Das ist Zuckerrüben, das ist Sonnenblumen, das ist Raps natürlich, da ist Braugerste dabei, da ist Polentameis dabei, da ist schon Zwiebeln und Hartöpfel dabei gewesen, die habe ich jetzt wieder ein bisschen ausserachtelassen, passt vielleicht nicht mehr ganz in meine Philosophie. Ich habe schon ein paar Fragen. Meine Philosophie dazu ist irgendwie ganz klar, die Natur sagt mir, wie sie es gerne hat, das Bauchgefühl sagt mir, wo es eventuell noch mal Sinn macht oder schlussendlich auch, wir sind ja Unternehmer, wir denken unternehmerisch, wir wollen eine gewisse Wirtschaftlichkeit und ich bin Produzent, ich will wirklich auch ernten, es ist für mich ein Joker, dass ich gleichzeitig noch nach ÖLN produzieren, wenn es wirklich in Bedarf ist, hätte ich die Möglichkeit, auch wenn ich schon ohne Insektizide und Fungizide wirtschaften, im Ackerbau. Der Humusaufbau ist für mich ein grosses Thema, respektive, wie er meint, ist der Humus einfach eine Zahl. Für mich ist die Bodenstruktur sehr massgebend. Gerade in unseren Ackerbauregionen, wo vielleicht noch sehr lange sehr stark mit Säugölen z.B. gedüngt worden sind. Rein vom System her und vom Stand der Zeit hat sich das so ergeben, ist auch gut gewesen da. Aber dass man heute etwas angepasster wirtschaftet, finde ich positiv und ganz klar dem Humusaufbau zu gut. Und da gehören verschiedenste Faktoren dazu. Humusaufbau ist für mich eine Reduktion von synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Reduktion von zu hohen mineralischen Düngergaben, eine gescheitig gesetzte, maschinelle Bearbeitung, möglichst schonende Bearbeitung, nicht zu tief, grossen Wert auf das Gewicht, respektive Bodendrückklecken. Das sind für mich die Hauptthemen, wo wir gerade in den Sinn kommen. Natürlich dazu ganz wichtig, möglichst regenerativ, respektive möglichst grossen Zeitraum vom Boden, eine Durchwurzelung und je länger je besser eine vielseitige Durchwurzelung mit verschiedensten Pflanzen, Pflanzenarten, Pflanzengattungen. Futter für die Breitfront vom Leben im Boden. Well, jetzt ist und bitte wieder zu Verwurzelung, weil es Ihr abge systemic was, was wir in diesem Alter eingstellt haben, wo wir die Lieblbe geworfen, dann N Greetings willx. Vielen Dank.